Hi Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Ich werde jetzt in diesem Part mein Haus weiter bauen Und ja dann werde ich noch ein bisschen Glas machen Und ja dafür brauche ich Sand Und ja ich habe gerade das gesehen Also sammle ich es schnell ein bevor ich es nie einsammeln kann Und ich habe wieder zu viel von irgendetwas Das ist nicht gut dann werfe ich die Feder weg Und ja ist egal Ja also jetzt werde ich ein bisschen Sand einsammeln Irgendwo weit weg dass es nicht so nah von meinem Haus ist Weil sonst ist es ja nicht gut oder? Ja ich habe ein paar Tipps erhalten was ich besser machen könnte Ich probiere es auch so gut wie möglich zu machen Aber ich weiß nicht ob mir das gelingt Kann ich mir selber schreiben ob es besser wird Ich bekomme es irgendwie nicht Ja dann nehme ich das da nach oben Und sammle es wieder ein ja das ist voll cool Da läuft da schon Wasser rein Und überschwemmt mich Und überschwemmt mich Geh rein du Wiese Äh du Wasser Also du Wiese Warum habe ich Wiese gesagt Egal ich sammle jetzt einfach viel Wasser ein Äh viel Sand Und ja Sieht voll hässlich aus egal Du 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 Und was habe ich da meinschmelzt Ah Gold Ja okay Und dann warte ich bis das noch fertig ist Und Dann sammle ich noch ein bisschen Kohle Ein Kohle habe ich dort hinten gesehen Und dort steht jetzt Was ein Wunderwerk der Natur Und dort ist noch eine Höhle Die könnte ich jetzt noch ein bisschen anschauen Äh 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 Und ja was ist da dring Ok da hat es auch Kohle Das ist mal gut Dann kommt mir noch ein bisschen mehr Kohle Und ich hab wieder nicht genug Platz Dann werfen wir einfach das da weg Hm Wirds dunkel Puh Keine Ahnung Ja ist egal Gehen wir mal da raus vielleicht Huh Was für ein Wunderwerk der Natur Egal Ähm So wo können wir noch hin Um etwas zu sammeln Also mein Haus Ist Da Wenn ich da runter springen Dann sterbe ich bestimmt Außer Ich geh hier Wui Hat ihr das gesehen Weil es voll cool Ja eben Ja eben Könnt mal da schauen Ob es da noch irgendetwas hat Also zum sammeln Sammeln Ich hoffe den Ingame Sound hört man jetzt auch Weil ich hab probiert Also ich probier jetzt so ein Programm Ich weiß nicht wie es heißt Rekord Pad oder so Das probier ich dann wenn es nicht geht Dann Das weiß ich auch nicht Aber egal ich weiß eben nicht warum Es ja nicht geht Huh Und ja Hui Oh nein Oha Da fall ich doch runter oder Hui Ja okay dann geh ich dort hinten noch ein bisschen Kohle einsammeln Und dort Und das ist eine Kuh Hallo So Ähm wie viel Kohle hab ich eigentlich Ähm Ja das nach oben Und wie so ein Bauarbeiter geh ich da nach oben so Huh Und sammeln Der Kohler da ein Ja meine Eltern sind grad voll Also meine Eltern Und meine Schwester sind grad voll Am Gamecube spielen und Ja wir haben jetzt so ein Gamecube Gamecube Controller für den Hui gekauft Dass wir Gamecube spielen können Und jetzt sind die alle voll am Suchten und so Und hui Oh Das heißt noch mehr Oh das viel Und ich hoffe ich find wieder mal Ding Äh Schon wieder Ding Ja okay Ding hat sich Äh sag ich nicht mehr so viel wie das letzte Mal zum Glück Und ich hoff ich find Diamant Weil Diamant doch cool ist und jeder mag doch Diamant Und ich sollte mir so ein So Kisten craften wo ich Sachen rein tun kann Was ist das Egal äh äh Weil sonst Weil ich sonst nie genug Platz habe und ich eh immer Zeug dabei hab das ich eigentlich nicht brauch So Oh Mann So Ja wo waren wir Ja ja ich brauch eh nicht alles Und ja Und dann könnte ich alles in die Kiste tun was ich nicht brauch zum Beispiel Die Die Leuch Also ich glaub das sind so Leuchtsteine wenn man sie berührt Oh Eine Ente Hallo Hallo Ne ist das ein Ne das ist noch ein Huhn oder Oh schon nach einem Schlag tot Und schon nach einem Schlag weg Oh voll gut die Diamant Schaufel Und dort ist ein Schauf Und dort ist ein Schauf Ja Ok gehen wir das da holen Und tun Sand rein Und noch mehr Und das Gut was könnt ihr denn noch machen Da könnte ich noch In der Zwischenzeit irgendwie was könnte ich noch Ah ja genau ich könnte ja jetzt So Kisten craften Ja wenn es zwei sind also wenn es zwei Kisten sind dann Gibt es auch mehr Platz Schaut mal wenn es nur eine ist dann gibt es so Und wenn es noch eine zweite gibt Dann ist es so large Und ja dann was könnte ich da rein tun Ich glaub ich tue mal Das könnte ich irgendwann einschmelzen Und dann Ich tue glaub dieses Stein Das 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 brauche ich ja nie eh 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 nicht Außerhalb von zuhause Mhm Und dann Werkzeug behalte ich Schwert behalte ich auch Das brauche ich zum craften Also hier Auch zum craften Ich Ähm Brauche ich unterwegs Das tue ich da rein Das tue ich auch so Was ist eigentlich das ich glaube das Ich weiß nicht was das ist Ich will nichts falsches sagen Und ja ich könnte jetzt noch was Oh fuck es wird dunkel egal Kann ich da so Leuchtsteine hin tun Kann ich da so Leuchtsteine hin tun Hm das leuchtet ja gar nicht Egal sieht ja schön aus Finde ich Und die Musik fängt wieder an Ja ok so schön sieht's auch nicht wieder aus Und so durchläuft La 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 Oh Nein puh Nein nicht schon wieder Ja ich sieht ich verbaue mich sehr oft Aber wie das hab ich ja nicht Diamantspizzacke Und ich will einen Dungeon finden Jemand hat mir gesagt was ein Dungeon ist Danke ich hab deinen Namen vergessen Tut mir leid Sonst hatte ich ihn bestimmt gesagt Und ich hab da was gehört Hui Ich könnte jetzt eigentlich auch Tiere abschlachten gehen Und Etwas fressen Also essen Und dann Ja dann könnte ich ja die Paar Spinnen Ne ich hab Oh ne Ah ok ich hab Spinnen jetzt da Ja eben dann könnte ich ein paar Zombies abschlachten und Spinnen und so Dann nehm ich das Schwert Ja Ja Yeah ich bin Zelda Du 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 Da Hm hm Kamera Woah Shoo Ja sogar zwei Und ich hab doch ein neues Handy Dort hab ich so ein cooles App für Minecraft Äh Minecraft So das es mir anzeigt was ich Also jetzt haben wir alle so Äh Wie soll ich sagen Bauernleitungen Habe ich dort Dann kann ich sofort so auf dem Handy schauen so Ja ja für das brauche ich das Ja 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 Ok Gut Jetzt habe ich Vorhin die Stöcke Weg geworfen Ich weiß nicht wie man Ich glaube so irgendwie Ich bin gleich wieder da Ok bin wieder da Und mit meiner Version geht es leider nicht Und ja dann probiere ich Ich halte was anderes Ich halte was anderes Und dafür brauche ich das Hm Äh Äh Das glaube ich so Und so Ja das geht das ist gut Dann brauche ich nur noch einen Pfeil Oh mein Gott Oh mein Gott Ich glaube ich Ich mach jetzt lieber schnell mein Haus Oh schon wieder die Kuh Gut Gut und jetzt Äh Wo ist das Glas Ich weiß es nicht Also Ich brauche hier grad Ich will etwas lustiges machen oder probieren etwas lustiges zu machen Ja Huiui Meine ganze Wand So Dann kann ich so rauschauen So Hu 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 Dann Gibt es auch eine schöne Beleuchtung von außen Und ja Dann werde ich noch Pfeile machen und probieren so lustige Äh Zombies Die gar nicht lustig sind eigentlich Abzuschlagen und Also abzuschießen lieber Äh besser gesagt Und ja dann Ich weiß nicht ob das geht Ich weiß gar nicht ob man Überhaupt irgendetwas machen kann mit dem Dann habe ich Stein in der Kiste Das brauche ich grad So Stein Ja ihr seht schon ich will irgendwie immer abwechselnd Aber die oberste Der oberste Stock wird wieder mit Glas Für das brauche ich glaube ich mehr Glas und mehr Sand Ja und wenn es halt nicht Ich halt nicht genug habe dann gehe ich halt ein bisschen sammeln Hier nicht so schlimm Hui Hui Nein Hier sind dort noch alle Zombies Soll ich mal töten gehen? Nee lieber nicht Ich hab nicht Genau bleiben Nein Jetzt bin ich wohl untergefallen So so Hu 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 Ich muss näher ran Hu 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 So Gut Sieht doch gut aus irgendwie Finde ich Ja dann Brauche ich jetzt mehr Glas Und es ist immer noch nicht genug Ich gehe jetzt lieber Sand einsammeln weil ich sonst nicht genug habe Und ja Hu Dort ist ein Schwein ich will ein Schwein Ich will ein Schwein Ich weiß nicht ob Kann man mit Schweine und so Oh 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 xoxus Das ist ein Pfeil noch mehr ok Nein Hau ab Hau ab Hau ab Ich hasse dich Ich hasse dich Oh seht ihr ich hab sie überlebt Oah pomer egal schon hat ich hab nur noch ein sencilles herz oh ich hab mich jetzt voll erschrocken Gut, da hat es viele Tiere, das heißt, ich kann alles so kaputt machen und dort sind ein paar Enteleinies am schwimmen. Und irgendwann kann ich die nicht töten oder so, oder ich kann es einfach nicht einsammeln. Und da hat nichts gedroppt. Ha, gedroppt. Heißt das droppen? Ich weiß es gar nicht, ich bin nicht so gut in Englisch leider. Ja, aber egal, dann kann ich noch so ein paar Blümlein nehmen, also Blümchen, Benjamin Blümchen. Ja, und dann könnte ich wieder ins Hauslein gehen. Oh, hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Und dieser, ich weiß gar nicht, wie die heißen, egal, aber der, der mich fast gekillt hat. Und ich glaube, ich mache noch einen zweiten Ofen. Ich habe wieder alles voll, irgendwie. Hm, was soll ich wegwerfen? Ich weiß es nicht. Ich kann hier auch anfangen, die oberste Schicht zu machen. So, mit dem Glas. Ist egal, wenn es nicht gleichmäßig ist, ich will nur meinen Ofen da wieder haben. Und könnte ich mir auch sagen, ob es besser ist, wenn es so Holz ist. Ob man das trotzdem mit einer Axt machen soll, ich weiß nicht, was besser ist. Hm, dann kann ich das noch nehmen und dann. Und irgendwas wollte ich ja, ah, so, irgendwie. Hm. Ist da drin. So. Äh, so. So, und. So. Aber das ist verkehrt. Ja, so ist ein Feuerzeug. Das kann ich ja nicht so machen, so. Ui, ui, ui. Ich kann mal etwas anzünden, wenn es geht. Hahaha. Ich habe das Lava angezündet. Wuh. Ne. Ich gehe, glaube ich, so ein... Oh. So ein... Baum anzünden, dort, wenn es geht. Ich hoffe, es geht. Ich glaube, überhaupt... Ich weiß nicht mal, ob das wirklich ein Feuerzeug ist. Ich denke es aber schon. Vielleicht kann man auch Tierchen anzünden. Ui, ja, es brennt. Oh. Okay, ich sammle es schnell wieder ein. Schnell, 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 schnell. Nein, ich weiß ja nicht, wo ich spawne. Fuh. Fuh. Ich weiß nicht, wo das ist. Okay, da ist mein Haus. Mein altes. Dann kann ich ja auch schnell das Glas und das holen gehen. Und das einfach da liegen lassen. Aber ich weiß, dass mein Haus nah am Wasser ist. Aber ich weiß nicht, wo. Hm. Ich hoffe, ich finde es gleich. Nein. Ich bin wieder so doof und... Ich wusste doch nicht, dass mich das killt. Hm. Oh, es leckt. Bestimmt, weil ich so viele Items verloren habe. Oder... So. Und das Bambus, das kann ich einsammeln. Oh, ich bin... Ich hab Bambus. Ich bin voll cool. Oh. Ich glaube, ich beende die Aufnahme und suche mein Haus lieber wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und danke fürs Schauen. Vielen Dank. Vielen Dank.